Wie wär's mit Anklop? Er wollte helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie? Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Ich komme zu dir, Pastor! Schalte zuerst! Schalte zuerst! Da! Da unten! Du solltest jetzt nicht dran sein. Zerstör den Schaltkasten an der Spitze des Turms. Ist egal, wie du das machst. Hauptsache die Funken sprühen. Das reicht wohl. Der nächste Turm ist im Nordosten. Auf einer Krippe, von der aus man das Hotel sehen kann. Jetzt wäre ein Wingsuit gut. Stürz bloß nicht ab. Das war eine knappe Sache. Bin froh, dass ihr alle noch lebt. Solltest du ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten. Okay, das sollte reichen. Eine Sekunde. Okay, der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten. Okay, der dritte Störsender ist auf dem Truck. Im Süden. Auf der Straße südlich von dir. Wenn du dich beeilst, kannst du einen Hinterhalt legen. Das wird meine Kriegsgeschichte werden. Geht's back in morgen! Mach dich bereit. Sie kommen. Alles sauber. Huiti wird sich freuen. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Ich habe an der Ruf, Stan, noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Wir sehen uns. Deputé, ich kann dir eins sagen. Einige von den Whitetails, naja, einige von denen waren sich nicht so sicher, ob sie dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst ihnen neue Hoffnung. Darauf mussten sie lange warten, Deputé. Sehr lange. Taten mache ich ein bisschen mehr. Wow. Auf bowme.